Hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Amadral Real Life RPG mit dem Yugi. Genau, der Yugi und der Mikey machen ja wieder ein bisschen die Gegend unsicher und wir brauchen Kohle. Ja, und ich wundere warum wir jetzt, ach ja, ach ich glaube schon wieder scheiße, das schon am Start der Aufnahme. Ich habe mir jetzt endlich mal eine Gang gemacht. Hier unsere Gang heißt, T-Y hat bis jetzt nur zwei Mitglieder und ich bin der Anführer. So, ja, der Sebi ist heute leider nicht mit dabei, denn ja, er kann nicht. Weil der hat keine Zeit. Und wenn ich es hinbekomme mit Schneiden, ist jetzt da Facecam und hier irgendwo links noch mit am Rand die Aufnahme vom Yugi. Später. Ja, und dann wollen wir jetzt mal losfahren. Das bin ich übrigens. Oh shit, fast gegen die Mauer gefahren. Hast du denn genug Reparatur-Kids mit? Ja, drei Stück dürften reichen, glaube ich. Ich habe zwei dabei. Sollte auch reichen. Ich glaube, wie du wieder lang fährst, ey. So, und jetzt stand und... Hui! Alter Schwede! Du bist wieder hingeflogen, ey. Alter! Er hat auch gesprungen. Aber ich habe es noch früher noch gesehen. Ja, ich bin aber gegen das Haus gesprungen. Ist ein Wagen noch heile? Nee. Ich wollte es erst mal reparieren. Du bist nicht so viel, die Schlosser oder so, ne? Nee. Doch, und während er repariert, muss ich noch mal ganz kurz was gucken. Jo, der Mikey. 1,9 Kilometer müssen wir noch fahren. Äh, bei mir noch zwei Kilometer. Das heißt, du stehst ein bisschen weiter vorne. Mhm. So, während man repariert, sollte man auf die Map gucken. Sonst funktioniert das, obwohl das funktioniert schon, aber nicht zu schnell. Boah, wir könnten eigentlich auch mal Äpfel farmen, ne? Bei Dollar, der Apfel, was geht. Wird's jetzt hier Obstbauer werden, oder was? Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir so weitermachen, ne? Wir dürfen, glaube ich, nicht mehr so oft sterben oder so von der Polizei erwischt werden. Weil wenn wir so weitermachen, müssen wir irgendwann Äpfel farmen. Weil wir ganz arme Säue sind. Ja, und wenn wir so weitermachen, sind wir das ja auch. Ich habe mal gesehen, man kann ja auch Marihuana farmen, aber das ist ja irgendwie auf so einer Insel, ne? Ja, Marihuana. Warte mal, das sage ich dir jetzt mal. Marihuana bringt nicht so viel wie Kokain oder Heroin. Aber heute Morgen waren es irgendwie mehr, 4.000 oder so. Also Marihuana bringt jetzt 4.210 und Kokain bringt jetzt 4.450. Und Heroin bringt, willst du mich verarschen, 2.880? Genau. Wir sollten Kokain machen, aber da müssten wir so weit fahren. So, egal. Wir machen jetzt Heroin fertig. Wenn wir Glück haben, verkauft ja noch jemand Kokain und dann bringt Heroin wieder mehr. Heute Morgen war der Kuss bei 3.7 und Marihuana war irgendwie bei 4. Also war es ein bisschen mehr. Ja, guck mal, ich kann durch den Haufen durchfahren. So. Alter, geh mal weg jetzt hier. So. Alter, hör auf. So, hör voll durch die Pampa. Also ich komme ja gerade irgendwie mit den Tasten durcheinander. Hast du die verdrückt oder was? Ja. Okay, die Aufnahme läuft schon 4 Minuten. Und wir haben noch nichts geschissen bekommen. Ah ja, aber was schafft man in 4 Minuten? Einen Toilettengang zum Beispiel. Ja. Einen kurzen Sex schafft man auch in 4 Minuten. Oh, scheiße. Aber was er wohl wieder denkt? Ja, so Quickie geht auch immer. Ja, Quickie auf der Sitzbank. Tja, oder sonst wo. Ist du das da vorne? Ähm. Ja, du hast schon wieder einen Baum gekennzeichnet. Kann das sein? Scheiße. Oh. Tja, und jetzt? Oh. Jetzt brauchen wir den ADAC. Dann ruf mal den ADAC an. Ja, ich ruf ihn mal an. Ja. Äh, okay, warte mal. Äh, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Sonst weiß der ADAC nicht, wo ich bin. Ich bin in der Nähe mitten im Nirgendwo. Weiß ich nicht. Ich hoffe, die können Koordinaten lesen. Ja, ich kann sie noch nicht mal lesen. Also weiß ich gar nicht, wo ich bin. Ähm, ja. Tja, das ist dann ein Problem, oder? Das ist ein Problem, oder? Ich sag einfach, dass ich in der Nähe von Bärenzino bei DP11 zwischen dem Uranhändler und dem Tankstandshop auf der Orangenen Straße bin. Genau, auf der Orangenen Straße vom DP11 Richtung Bärenzino lieg ich auf dem Dach. Genau so schreibe ich das. So, schreibe ich den Notruf an. Ich, ähm, zack, ich habe, wie macht man das? Ich werde mich mit meinem Auto überschlagen, überschlagen und liege jetzt auf dem Dach. Ich liege jetzt auf dem Dach auf der Straße von DP11 nach Bärenzino. Auf der Orangenen Straße. Orang, Orang, I, I. Orangenen. Nenn, Orang, Alter. Orangenen Straße, man. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, H.D.A.C. Gesendet. Wie die Antwort jetzt nicht, dann hau ich die. Wo bist du hin? Ich? Ich bin hier. Hallo. Da. Dass die Kamera nicht in die Luft fliegt. Ich bleib mal ein bisschen. Ach, der ist ausgestiegen. Nee, nee, die fliegt nicht in die Luft. Aber wie geil der da liegt. Reparieren. Nein, nicht reparieren. Gerade, dass man nicht mehr flippen kann. Wenn ich den repariere, stellt er sich nicht hin. Da muss echt der ADAC kommen. Ja, das geht leider nicht mehr. Das ging damals mal. Da war hier noch ein Flip-Vehicle-Button beim Windows-Menü. Aber der ist jetzt nicht mehr da. Aber wenn denn kein ADAC da ist und dir passiert sowas, hast du ein Problem. Ja, ja. Wie rufe ich hier eigentlich den ADAC? Wie mache ich das? Ja, du gehst auf Z, dann auf Smartphone und dann auf Notruf. Ach, auf dem Smartphone. Kein Smartphone vorhanden. Was? Wo ist mein Smartphone hin? Ja, hast du halt weg. Ach ja, weil wir uns ja umgekloppt haben in meiner letzten Folge. Aber heute Morgen hatte ich noch ein Smartphone. Komisch. Da hat mir immer angezeigt, dass die Batterie oder hat das nichts mit dem Smartphone zu tun? Nee, nee, das hat nichts mit dem Smartphone zu tun. Die geht auch leer, wenn du kein Smartphone hast. Und das ist ein bisschen unlogisch. Oder ich weiß, wie wir das, wie wir den wieder gerade kriegen. Ramme ich mal mit deinem Auto. Was? Aber ganz langsam und ganz vorsichtig. Ich soll dich rammen? Alter. Ja, du sollst... Ich sehe dich schon... Ich sehe ihn schon wieder tot hier. Ja, ich komm. Ich kann leider nicht einsteigen, wenn er auf dem Korb liegt. Wo bist du? Nicht, dass ich jetzt tot fahre? Nee, nee, ich stehe hier an der Seite. Soll ich jetzt von der Seite ran fahren? Ja, von der Seite ist am besten. Und ganz langsam. Nein, fahr gleich von hier ran. Ganz langsam. Nicht zu schnell. Okay, ich konzentriere mich langsam. Ja, ein bisschen schneller musste schon so. Ja, ich will den nicht rammen. Und berühren solltest du ihn auch. Ja, jetzt liegt er ganz auf dem Kopf. Jetzt ramme ihn nochmal von... Haltstopp, bleib mal stehen. Ramme ihn mal von dieser Seite. Dann rollt er den Berg runter und hoffnungsweise wieder auf den Reifen. Was ist im Weg? Und wenn die Karin in die Luft fliegt, dann lach ich. Okay, dann habe ich schon wieder meinen Tod hier. Weil meine... Ach, dann hast du dann Tod für diese Aufnahme-Session. Ja. Ja, nochmal zurück und ein bisschen schneller. So wäre das nix. Ich fliege nur weg. Okay, die Karin ist jetzt auch im Arsch. Ach, Mann. Ich kann nur hoffen, dass der ADAT das hier findet. Kannst du mir einen genauen Standort per SMS schicken? Genauer Standort. Ja, mein Wagen ist Schrott. Ich weiß nicht, ich schreibe mal an der Kreuzung zum Uranhändler. An der Kreuzung zum Uranhändler. An der Kreuzung zum Uranhändler, ein Stück weiter Richtung Berenzino. Also... Koordinate ist hier... 61. Wir sind heute mal da. 106. Fall oben. Fall oben. 106, 61. Fall oben. Schreibe mal 106, 61. Wo siehst du das? Ganz, ganz oben da sind Zahlen. Von links nach rechts 100, 101, 103. Und dann die 106 runter. Irgendwie hast du eine andere Map als ich. Nee. Wir sind 106, also 0,61. Da ist so der Mittelpunkt dann. Also bei mir steht jetzt, ganz rechts steht jetzt bei mir 0,61 und ganz links auch 0,61. Ja, links und rechts, aber nur muss oben die Karte noch. Okay, aber der ADAC ist unterwegs. Ich glaube, der hat sie gefunden. Guten Tag, und zwar wollten wir uns treffen von Ypsilon T. Ah ja, genau. So, repariere ich mal mein Auto. Der Herbert Albert. Aber wenn er jetzt repariert, komme ich doch gar nicht auf die Karte. Doch. Wie denn? Wenn ich M drücke, macht der gar nichts. Bei mir zappelt der so rum. Na egal, geht auch so. Er spackt vor. Er spackt vor. Mal auf Steam. Steam. Und... Und... Nenn... 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 Mir... Mal... Dein... Nenn... 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 Yogi? Ja. Ah, okay. Ja, ne, ich dachte, mein Sound war gemutet. Nenn... Nenn... Ich hab versucht, in deinen Rucksack zu gucken, aber es geht nicht. Darf man das nicht? Ist das verboten? Ne, darf man nicht. Aber hier ist ja die Kreuzung vom Ur... Zum Uranhändler. Der Lars hat 112.000 geraubt. Lars. LCN. Wer sind denn die? Hui... 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 Der kleine Junge wälzt sich im Dreck. Ja. Wie das? Okay, jetzt komm ich dir entgegen. Du legst dich hin und drückst QE. Achso. Mit E nach rechts, mit Q nach links. Geh weg. Ah, Spielereien am Unfallort. Ja, wir können ja so lange wieder ein Krabbelrennen machen. Ja, so macht man... Na, das geht leider nicht ohne Waffe. Ein Krabbelrennen? Doch, der krabbelt doch. Du meinst doch ein Robbrennen. Ja, so ein Robbrennen. Über die Straße. Wer als erstes drüben ist, hat gewonnen. Und wer überfahren wird, hat verloren. Okay, warte. Warte. Du bist so weit. Zurück. Zwei, drei, eins. Los. Du bist viel schneller. Tipp, wenn du Shift drückst, dann geht's da schneller. Sau. Gewonnen. Ja, okay. Ich hätte da machen sollen. Wer gewinnt, der Verlierer gibt den Gewinner 100.000. Hab ich nicht. Das ist nicht mein Problem. Mann, geh weg, du scheiß Fliege. Hier flieg so eine scheiß Fliege rum. Da muss ich dich ausrauben. Alter, wenn du mich jetzt ausraubst, ne, ich hau dich um. Ich hab 150.000 dabei, du kriegst sie nicht. Echt? Komm mal her. Nein. Gib mir die Kohle, Alter. Hilfe. Was ist eigentlich, wenn ich dir in die Beine schieße oder so? Dann kann ich nicht mehr laufen. Nee, dann kann ich nicht mehr laufen. Echt? Aber hör auf. Nee, nee, ich will das nur wissen. Ich könnte es ja auch ausprobieren. Nein. Kann sein, dass die Waffe dann one-hitted. Bist du in One-Hit-Wonder? Alter, dich jetzt so zu treffen ist... E. Miau. Miau. Schwierig. Miau. Miau. Da kommt der ADAC. Da ist 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 der ADAC. Hilfe. Hier wird die Hilfe benötigt. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was er von dir haben will und was es kostet. Als er mich abgeschleppt hat, hat er mir 6.000 abgenommen. Ein bisschen mehr oder so. Hallöchen. 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 Ach so, ich werde hier mal erstmal kurz absperren, bevor wir anfangen. Ja, das ist bestimmt sicherer. Ach so, und wenn sie Geld dafür haben wollen, müsst ihr sich an den Yugi wenden. Der hat genug. Das war ein schöner Versuch, aber... Das ist der falsche Wagen. Der da. Ja, das ist dann... Ähm, mal in die Autos reinschauen. Also hier einmal gucken, was kaputt ist. Oder soll ich das erstmal umführen? Ich hab's aufgemacht. Ich weiß nicht. Wenn sie einsteigen können, können sie es ja mal versuchen. Ich kann nämlich nicht einsteigen. Tja, der ist sehr genau, oder? Schließlich guter ADAC. Findet man selten. Ja, ähm, ja, ich seh schon, das ist nur das Radleicht beschädigt, nur der Schlauch. Ich hab da gerade mein Programm drüber laufen lassen. Das müssten wir schnell geregelt haben. Ähm, ich geh mal kurz vor zu meinem Auto. Ja. Ja. Ja, da hab ich sogar noch das passende Erwerb dafür. Ich hab dann hier das mal kurz. Ach ja, hast du deine Karre schon repariert? Ja. Ja, ja, du bist schon fertig. Also, du redest gerade, du redest ingame. Alter, irgendwie liegt hier nur scheiße rum. So, kann mich ja kaum bewegen und die Facecam ist irgendwie... Moment. So, hab euch mal ein Bienen weggeschoben hier. Weiß ich aber, ein guter Tipp. Wenn wir am Reparieren auf die Map gucken, geht's schneller. Das sagst du dem ADAC, das ist geil. Wir haben noch keine Zeit, wir müssen weiter. Ja, wir haben echt... Wir haben keine Zeit, wir müssen weiter. Wir brauchen nämlich für heute noch unsere Drogen, wissen Sie? Äh, einen Moment noch. Ja, hier hätte ich dann... Wollen Sie die Rechnung aufs Handy geschickt haben für den neuen Reifen? Oder soll ich die Ihnen einfach so ausstatten? Ach, das können Sie mir jetzt so ausstatten, da hab ich kein Problem mit. Mach dir noch andere Geschäfte? Das dauert so lange. Einmal hier die Karte geben, okay. Und jetzt die Geheimdiener eingeben. 7.750? Boah, ganz ehrlich, aber ein Ersatzreifen. Also, ich hab das ja jetzt bezahlt, aber... Ich hab da einen anderen Ersatzreifenverkäufer, der verkaufen so ein Reich für 750 Euro. Also, das ist ja Wucher hier, du. Nein, das ist... Nee, 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 nee. Ja, ich weiß, aber wir müssen ja auch von was reden. Ja, das stimmt. Die Leute auszurauben, ja, das find ich nicht so toll. Die Leute auszurauben, die sind die ADAC-Fahrzeuge, und hier insgesamt alles. Ach. Ach. Naja, egal, vielen Dank, dass sie... Wenn... Wenn sie ja auch... Das hier würde sie ja auch ein Vermögen kosten zum Auto, oder? Ja, ziemlich teuer, auch die Steuern, die sind auch sehr teuer, und... Naja, aber egal, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt weiter, weil wir brauchen für heute noch unsere Drogen, und... Ich geb' jetzt noch mal ein kleines Trinkgeld. Tja, so finanzieren wir dann die Betriebsausflüge für den ADAC. So, bitteschön, und vielen Dank, dass Sie gekommen sind, ich... So viel Fleisch, danke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, da hätte ich... Ja, da hätte ich... Ja, ich wünsche Ihnen auch ebenfalls einen schönen Tag, und gegen ein schönes, kühles Bierchen hätte ich nix. Tschüss. Tschüss. Ja, also, tschüss. 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 So. Und schon wieder einen Busch mitgenommen. Ja, was steht denn da auch? Also, die Preise, die grenzen ja schon an Raub. Ja. Oh, Kurve. Leute, mein Auto ist schon wieder kaputt. Ja, ADAC! Das gibt's doch nicht. Ja, egal. Das muss jetzt so weitergehen. Warum fährst du in Schlangenlinien? Weil mein rechter Reifen kaputt ist, und der immer nach rechts zieht. Achso. Aber wenn ich jetzt noch den linken kaputt mache, dann dürfte das gehen. Warte, warte, ich schieße. Halt an! Ich schieße den kaputt. Nee, nee. Ich schieße gleich selber. Und ich habe Angst, dass du mich dann tötest. Wir wollen ja die Tradition fortsetzen, dass du hier auf einer Session sterbst. Ich hoffe nicht, dass ich hier sterben werde. Naja, solange der Sanitäter da ist. Alter, 80.000 für seinen Waffenscheine. Das ist Wucher ist das doch. So, warte mal. Welche Waffe ist dann gut? Also, die ist mir zu teuer. 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 Oh, die ist gut. Die Glock 17 kaufe ich mir mal. Jede Aufnahme eine andere Waffe. Das ist ja auch mal was, oder? Alter. Du musst einen gegen... Was? Hä? Habe ich die Glock nicht gekauft? Keine Ahnung, was du da machst. Glock 17 kaufen. Kauf mal. Ja, jetzt habe ich sie gekauft. So, vier Magazine. Boah, die hat aber auch nicht Wunsch. So, warte mal. Einmal hier. So. Zerschossen. Dann kommt ein Hubschrauber. So. Ja, lass mal zurück. Jetzt erstmal wieder nach Behrensino. Behrensino zum Geldautomat. Voll. Ach, ich bin... So. So. Ne, er lenkt immer noch nach rechts. Warte mal. Ich repariere... Ich repariere auf diese... Weise mein Auto. Hast du ja jetzt zerschossen. Okay. Jetzt geht das. Ah ne, immer noch nicht. Dann rem... Hast du ihn jetzt? Alter. Ich will kein Werkzeugkasten verschwenden. Wirst du sowieso müssen. Ich werde ja fast hinten rein gefahren. So, lass auf nach Dings. Was? Eigentlich habe ich mir... Oh! Oh man. Das geht nicht lange gut. Einfach mal hier alles missnehmen. Ne, mein Auto ist kaputt. Aber hinten fährt es jetzt gerade aus. Okay, dann wollen wir mal reparieren. Okay. 25 Minuten. Alter. Jetzt mach doch hier. Der Junge, der ist immer so stürmisch. Ja. Kriegt alles kaputt. Ach ja, und... Ach, hier ist toll. So, wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde aufgenommen und nicht wirklich was geschafft. Eigentlich gar nichts. Ja. Außer sinnlos wieder Geld ausgegeben. Ja, du. Du hast ja genug davon, sagst du. Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr. Für Geld habe ich noch... 389.000, also. Ich habe fast die 400.000. Ich habe noch so ungefähr 250.000. Wie lange noch? 300 Jahre. Das dauert immer bei dir. So. Tja. Dann werde ich mir auch noch mal ein Werkzeugkasten kaufen gehen. Ja, würde ich mir auch gleich. 2 Kilometer. Ist da vorne eine Tankstelle? Nee, oder? So. Ja, doch. Was hältst du denn davon von einem kleinen Cut hier? Ja, machen wir einen Cut. Ja, wir machen jetzt mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Tschüss. Hi. Also, noch nicht die Aufnahme starten. Nee, meine geht eh automatisch. Du machst eine halbe Stunde, ne? Ja. Hast du denn jetzt noch laufen? Keine Ahnung. Geht automatisch. Müsste ich gucken. Siehst du bei dir nicht die Frames oben links? Nee, wenn ich... Das kannst du einstellen. Ja, aber dann nimmt er die immer mit auf. Bei mir nicht. Bei mir schon. Und ich weiß nicht, wie das weg geht. Jedes Mal, wenn ich das mache, dann... ...habe ich die immer in der Aufnahme drin, wenn ich die anzeigen lasse. Okay, naja, dann... Bei drei starte ich wieder, ne? Du fängst diesmal an. Eins, Zwo, Drei. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... ...Arma 3 Real Life RPG. Mit dem Mikey und dem Yugi. Und wir sind hier dabei, schon wieder alles kaputt zu machen. Zumindest der Mikey, der macht alles im Arsch. Der kriegt alles kaputt. Er ist der absolute Zerstörer. Ist der mir schon wieder weggefahren? Ich weiß nicht, wo der ist. Hallo, Mikey. Ja, du siehst mich doch an der Markierung. Nein, du warst nicht im Bild. So, da ist er. Achso, ja. So, hi. Hi. Alter, schier auf, auf mein Auto zu schießen. Ich hab nur ein, äh, ein Kit zum Reparieren. Ich hab auch nur noch eins und ich hab ein Problem. Ich komm nämlich nicht mehr in mein Auto. Weil ich es nicht sehe. Wo ist mein Auto? Da. Geh doch einfach rein. Ah. Da ist er doch. Dann lass mal weiterfahren, jo. So. Ich glaub wir kommen jetzt, ich hoffe wir kommen ein bisschen weiter als zwei. Meter. Ja, das hoffe ich auch. So, hier jetzt links abbiegen. Hier jetzt rechts rum die Kurve nehmen. Hier ist jetzt eine scharfe Kurve. Mhm. Achtung, da kommt der Auto entgegen. Ja, ich fahr durch den Wald. miles ca. Oh, gonna. Holla plus. Na ja. Also dunkelk prince기자uter raufbelgrenzen. Neee-ee-eeh-eeh-eehee-eeh. Mee-ee-ee-eeeh-ee-eeh-eeh-eeh-eeh-eeh-eeeh-eeeh. Ok jetzt sollt Ок donc abbremsen? Da fährst du an mir vorbei. Alter, hört auf im Zeit-Chat zu labern. Immer wieder diese Trottels. Trottels? Voll die Trottels. Ey, Junge, du bist voll der Trottel, Alter. Du bist voll der Trottel.